Justament an dem Tag, an dem die Regierung ihr neues Maßnahmenpaket zur Eindämmung der stark steigenden Corona-Zahlen präsentiert, werden erstmals seit Ende April wieder mehr als 2000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Seit Dienstag kommen österreichweit 2268 weitere Infizierte hinzu. Innerhalb einer Woche müssen in den Spitälern 100 Patienten mehr aufgenommen werden. Insgesamt sind bereits 645 Covid-19-Erkrankte hospitalisiert. 180 Schwerkranke müssen auf Intensivstationen versorgt werden, um neun mehr als am Vortag. Seit Dienstag werden außerdem drei weitere Todesfälle gemeldet. Allein in der vergangenen Woche sterben 40 Menschen an den Folgen einer SARS-CoV-2-Infektion. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch bereits 10.815 Tote in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohner sind somit 121,1 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Die 2.268 Neuinfektionen liegen deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit 1.580 Fällen. Mehr als 2.000 werden in Österreich zuletzt mit 2.131 am 30. April gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt nunmehr auf 123,8 Fälle auf 100.000 Einwohner. Am Mittwoch hat es in Österreich 18.256 bestätigte aktive Fälle gegeben, um 721 mehr als am Dienstag.